Haben Sie schon mal von Membranfiltration gehört? Der Membranfilter entfernt schädliche Inhaltsstoffe wie Chlor, Bakterien, Viren, im Wasser entstehende Mikroorganismen, Mikroben sowie Schwermetalle aus dem Leitungswasser. Ein Wasserfiltersystem, das eine Membran verwendet, liefert das sauberste Wasser. Es generiert jedoch ebenfalls einen Anteil an unbrauchbarem Wasser. Was ich Ihnen heute vorstelle, ist Circle, welches den Anteil an unbrauchbarem Wasser erheblich reduziert im Vergleich zu einem Standardwasserfiltersystem. Lassen Sie uns einen genauen Blick auf unser Filtersystem werfen, welches mehr Vorteile bietet, als Sie sich vorstellen können. Lassen Sie uns mal schauen, wie zwei Spitzentechnologien im Bereich Wasserreinigung angewendet werden. Aqua Globals innovatives und speziell konzipiertes Ventil steuert den Wasserfluss ohne elektrischen Strom. Der Wasserdruck reicht hier völlig aus. Hier sehen Sie den flexiblen inneren und äußeren Tank unseres Mini-Wasserwerks. Circle gewährleistet das sicherste, reinste Wasser mit einem Fünf-Stufen-Filtersystem. Sedimentfilter, Plus-Sedimentfilter und Aktivkohlefilter, RO-Membranfilter und nachgelagerter Aktivkohlefilter. Das durch die Fünf-Stufen-gefilterte Wasser füllt nun den flexiblen inneren Tank der Circle. Während der innere Tank mit gereinigtem Wasser gefüllt wird, wird das unbrauchbare Wasser aus dem äußeren Tank automatisch in den Abfluss geleitet. Der Wasserfluss in den inneren als auch äußeren Wassertank wird durch ein intelligentes Ventil reguliert. Wird nun der Wasserhahn geöffnet, bahnt sich das Wasser seinen Weg und aktiviert das Ventil, welches nun Wasser in den äußeren Tank leitet. Der Wasserfluss in den äußeren Tank bewirkt nun, dass sanft Druck auf den flexiblen inneren Tank ausgeübt wird. Dieses führt dazu, dass das gefilterte Wasser aus dem inneren Tank durch den Wasserhahn entnommen werden kann. Zusätzlich findet jedes Mal ein weiterer spezieller Prozess statt. Die Membrane, das Herzstück des Systems, wird gespült. Jedes Mal, wenn Sie Wasser trinken, spült das Wasser, das durch den äußeren Tank strömt, das Innere des Membranfilters. So wird gewährleistet, dass die Filterleistung konstant und langlebig ist und bleibt. Der gesamte Wasserreinigungs- und Filterungsprozess wird automatisch durch eine intelligente Ventilmechanik gesteuert. Betrieben allein durch Wasserdruck und ohne Stromzufuhr. Wussten Sie, dass in Tanks handelsüblicher Wasserfiltersystemen stickstoffgefüllte Luftblasen sind? Im Vergleich zu Standardwasserfiltersystemen ist Circle einen Schritt voraus, in Bezug auf innovatives Design und Funktion. Das Ergebnis ist ein großer Fortschritt in Leistung und Handhabung. Circle ist mit einem innovativen Tanksystem ausgestattet. Das bedeutet, dass das Wasser im äußeren Tank frei rein- und rausfließen kann, ohne dass ein Gegendruck erzeugt wird. Die maximale Tankkapazität beträgt 6 Liter. Des Weiteren filtert Circle schneller als andere handelsübliche Systeme mit und ohne Pumpe. Die Wasserausgabe von Circle ist im Gegensatz zu Standardwasserfiltersystemen konstant und stabil. Aufgrund der Tatsache, dass Circle ohne Gegendruck arbeitet, entsteht zudem viel weniger unbrauchbares Wasser, als es bei anderen Systemen der Fall ist. Die neue Circle-Technologie ist ein neuer Standard in Sachen Design. Dank neuster Technik benötigt das Wasser keine Stromzufuhr und keine Pumpe und ist dadurch flexibel einsetzbar. Es ist einfacher und kompakter als je zuvor, da alle Bestandteile im Inneren verbaut sind. Sicherheit inklusive, denn Fehlfunktionen werden vom System unmittelbar erkannt. Der neue Standard in Sachen Wasserfiltersysteme. Circle von Aqua Global. Wassersparend, platzsparend, stromsparend. Konkurrenzlos in Filterleistung. Verdoppelte Lebensdauer dank automatischer Selbstreinigung bzw. Spülung. Das neueste und beste System im Bereich der Wasserfiltertechnologie. Dank Erfahrung und Expertise aus dem Hause Aqua Global. Entdecken Sie eine neue Welt mit Circle. Aqua Global. Gesundheit fängt bei uns an.